Hi Leute, willkommen zurück, jetzt für euer Realismus im Zockerland mit Crisis Core. Genesis hat uns letztes Mal fertig gemacht. Ähm, ja. Ja, Gott sei Dank war kurz davor ein Speicherpunkt, immerhin das. Ähm, ja. Falls ihr hier neu seid, ich weiß nicht, welche Knöpfe ich drücken muss. Falls ihr hier neu seid, äh, eventuell, wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich leicht spoilern. Um alle Fälle teasern, also, falls ihr das nicht möchtet, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich schaue mal, ob ich irgendwas... Sie kennen überhaupt nichts. Doch, da, Haar Prevents Poison. Haha. Und, wow, Raised Spirit aber senkt HP. Das nehmen wir doch mal. Habe ich ja noch irgendwas gegen Curse? Ja, ich benutze natürlich viel Magie jetzt gerade. Dim, dim, dim. Achso, nee, warte, da war doch Materia. Habe ich noch ein Materia? Ich habe noch Materia-Flots übrig. Haha. HP. Magie ab. Ja. Und... Bringt das was? Nee. Habe ich noch Magie ab? Ja, Stil. Oh ja, stimmt. Ich habe Regen. Uh. Sexy. Kann ich das austauschen oder... Ich lasse das mal so. Sexy. Das machen wir mal so und speichern das erstmal. Hat ja auch gar nicht so lange gedauert. Speichern abgeschlossen. Oh, Cloud. Cloud ist so mutig. Der hätte es bestimmt auch so zu Soldat geschafft. Wir skippen das nicht. Wir skippen das nicht. Yay! Hey! Hey! Okay. Wer skippt denn das nicht? The Genova Sells. Okay, wer... Ja. Oh. Das will ich nicht nochmal gucken. Ich muss Janice es jetzt besiegen, weil ich das nicht nochmal sehen möchte. Wenn man das... Also, wenn man das mal so sieht, das war gerade schon Gewalt gegen Kinder. Hauländer, das war nicht... Das war... Nicht nett. Erstens nicht, weil es Cloud von 2, weil Cloud 14 ist. Gut, dafür gucken wir uns das nochmal an. Das war... Ja. Das war sehr sexy. So. Was mache ich denn jetzt? Ich mache jetzt mal Regen. Oder gar nichts, weil... Ja, jetzt macht er Magic Defense. Oh, ah, okay, das... Okay, okay. Okay. Warum war da die Arena zu Ende? Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Wenn man das nicht sieht, wenn die zu Ende ist. Weil da hinten habe ich ja noch Platz, ja? Oh, das war knapp. Du schlägst nur Luftlöcher. Ja, okay. Diesmal hat es nicht geklappt. Ich heile mich schon mal wieder. Das war nicht gut. Das... Wow! Ja, da war ich nicht ganz so drauf vorbereitet. Ups. Oh, verdammt. Ich wollte es nicht wegkriegen. Es tut mir leid. Du bist doof. Ich sollte mich schon mal wieder vorsorglich heilen. Ja. Da war auch schon wieder die Arena zu Ende, aber diesmal habe ich Glück gehabt. Das ist sehr irritierend. Habe ich eigentlich noch Regen drin? Ich weiß es gar nicht. Oh, nice. Ja, damit kann ich arbeiten. Wie viel Regen. Das ist gemein. Hallo? Ach, macht er gar nicht. Das ist so... Was? Ich komme noch gar nicht gegen seinen Regen an. Seid ihr behindert? Ich weiß, das tut mir leid. Das ist keine Beleidigung. Isch! Ich verabschiede mich da. Was? Wie habe ich denn jemals diesen Genesis-Kampf geschafft? Oh, wenn er jetzt wieder Dark Energy macht, dann bin ich richtig dran. Oder auch so. Befigg dich doch, Zack! Shit. Bleibst du stehen? Ja, danke. Ah, shit. Shit. Pfuh. Ja, Defense. Ja, ist in Ordnung. Oh Gott! Ich wollte eine High Potion nehmen, Mann! Oh, das ist kacke! Ist das kacke! Und ich kann nicht küsse. Auf ein neues, ich habe bald die Katzen für mich rausgeschnitten. Weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Wow, das jedenfalls nicht. Wie wäre es, Zack? Damit nicht. Ich weiß es nicht. Ja, war ich ein bisschen zu weit weg. Zugegeben. Ach, come on, Zack! Ja, Magic Defense ist okay. Okay, mach das mal. Ihr gebt mir auf den Sack. Mehr denn je. Der macht gleich wieder sein Black Energy und dann bin ich dran. Dark Energy. Ah, Black Feather war es. So ist das also. Kann ich jetzt ein bisschen wieder... Bist du wieder soweit? Ja, danke. Schön, dass er aber genauso daneben haut, wie ich. Oh, das könnte bitter enden. Ich glaube, ich mache mal lieber... Ich gucke mal, wie es mit normaler... Mit normalem Angriff ist. Ja, ist eigentlich egal. Okay. Oh, shit. Wie sieht's aus? Gut sieht's aus. Oh, Critical. Okay. Oh, wow. Okay, immerhin habe ich ihn schon so weit, dass er Regen benutzt. Oh, 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 oh. Nee, Defense. Okay. Ja. Bastet. Bastet. Oh nein, ich habe keine AP mehr. Scheiße. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Kann ich meine AP irgendwie wieder auffüllen? Ich weiß es nicht. Shit. Ich bin verzweifelt. Ich bin schon ein bisschen. Remedy Expotion. Ich bin schon ein bisschen verzweifelt, ja. Darf ich wieder? Darf ich wieder? Wahrscheinlich nicht. Doch. Shit. Mann, was macht denn meine DMW? Mann, Mann, was macht. Schade, Mann, was macht denn PR? Scheiße. Nein, jetzt mache ich schon wieder Unfug. Das war's für heute. Das ist gerade ein bisschen schlecht. Oh, wirklich ein bisschen. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Nämlich genau jetzt. Beides. Schön. Schön. Danke. Zero MP kostet gut. Da kann ich mich ein bisschen ausprobieren hier gerade. Bis er wieder... Alter. Nein. Einfach nein. Einfach nein, Genesis. Bitch. 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 Dreams of the morrow hath the shattered soul. Pride is lost. Wings stripped away. Zappelkoppel. Zappelkoppel. Oh, Zappelkoppel. Oh, honey. Zappelkoppel. Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. Zappelkoppel. Zappelkoppel. If the world seeks my destruction. It goes with me. als ob das jemals funktioniert hätte dass da wirklich einer tot ist wenn der sich so in den Abgrund stürzt in einem Spiel ach was will ich denn mit Genesis in meinem DMW Scharwachsinn, den will ich nicht ich möchte speichern vor allem Song und Cloud sind weg oh sie haben Zack zurückgelassen ich glaube das ist der Weg nach Muteoheim speichern bitte please war hier nicht ich wollte gerade sagen da war doch ein Speicherpunkt habe ich den gerade nicht gesehen oder habe ich mich da echt drüber hinweggedreht das muss ich sogar zweimal speichern heilige Scheiße mein Controller blinkt das stört mich wenn ich das sehe nicht dass ihr irgendwas gesehen hättet dass ich oh Gott du speichern wir hier auch nochmal einfach nur weil wo sind wir hier Muteoheim und wir sind schon da das ging aber schnell Zack jetzt hätte ich Zack fast Cloud genannt aber diesmal wäre es ja nicht so schlimm gewesen verschneites Dörfchen also du bist im Muteoheim ja oh ne na das Icicle in das muss eiskalt sein da draußen die hat mal überlegt in dem Gebiet halt eine Marco Ausgrabung stattfinden zu lassen aber die Pläne für den Marco Reaktor wurden abgesagt the village was deserted ne nachdem die abgesagt wurden wurde das also das Dorf war lebhaft und danach aber nicht mehr ja es gab halt komische Gerichte oder komische Aktivitäten äh und wahrscheinlich ja halten sich da Antischenra Gruppierungen auf war da nicht auch der Krat warte das ist ein Fehler des Nordkraters oder war das nicht das Icicle in im Icicle in spielt jedenfalls ein Teil der der Turks Novella the kids are right ich bin selbst wie gespalten was diese Novella angeht sie ist unfassbar schlecht geschrieben es tut mir leid ähm aber irgendwie sind mir die Charaktere ein bisschen ins Herz gewachsen jetzt mal abgesehen von den Charaktere also Evan und naja Kyrie Evan sagen wir Evan Evan ist ein Vollpfosten aber irgendwie ich glaub ich hatte ein Herz für Vollpfosten kann das sein? gut schauen wir uns mal um da brennt Licht oder auch nicht ich glaub das war nein da brennt kein Licht das war einfach nur halt das der Schein von der von der Sonne da the kids are right ist halt einfach eine Fanfiction es ist halt einfach eine Fanfiction hallo jemand zu Hause? nein das war das Fenster von dem ich dachte dass es da liegt oh Gott oh sweet Geld nehme ich immer und nun? ich geh mal da lang da steht die Tür auch offen ja oh Shinra's Schatten finde ich so ein Mitglied von Soldaten ich danke euch für eure tägliche harte Arbeit boah alter das hakt heute aber richtig ähm ja Shinra's großes schnelles Wachstum hat so Verzerrungen in vielen Teilen der Welt geführt das sind Shinra's Schatten äh dunkle Geschöpfe die der Präsident und der Vizepräsident konfrontieren müssen also sind wir die die Opfer von Shinra's Schatten ja wir müssen uns aber auch irgendwie ein bisschen dafür verantwortlich zeigen und ich vertraue darauf dass ihr das tut sogar ohne meine Führung danke und viel Glück was Buff House oh Blitzhara das rüsste ich doch gleich mal aus aber Blizzard ist auf Level 4 schon ist es Blitzhara ich bin immer noch verflucht übrigens ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet ob ich noch was anderes habe also Sandara oder okay hier sieht es gruselig aus oh oh ich weiß nicht warum aber ich hab grad ein ganz mieses Gefühl bei der Sache ich hab grad ein richtig mieses Gefühl ich glaube das wird nicht gut enden aber es gab keinen Speicherpunkt wo war der letzte Speicherpunkt der war vorne am Dorfeingang ich hab grad das Gefühl als hätte ich diesen Part hier mehrmals spielen müssen als ich es damals damals vor zwei Jahren oder so das erste Mal gespielt hab ja dann machen wir doch mal ein Päuschen hier bevor die Kacagall wieder am Lampfen ist dann können wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem sich wiederholenden und wiederholenden Kampf beschäftigen ich danke euch fürs Zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Leute ja